Schon wieder bringt Mojang eine neue Version heraus. Da es sich jedoch um ein Update der Minecraft 1.8 handelt, wurde nur ein Problem behoben, bei dem man das Spiel durch fehlerhafte Schilder zum Absturz bringen konnte. Außerdem läuft der Download eines Server-Resource-Packs, das man übrigens festigen kann, wenn man in den Server-Properties unter Resource-Pack einen direkten Downloading angibt, nicht mehr weiter, wenn man währenddessen den Server verlassen hat. Die Minecraft 1.8.7 ist kompatibel mit allen anderen Versionen der Minecraft 1.8. Einen Nachtrag gibt es des Weiteren zum gestrigen Video über das neue Kampfsystem der Minecraft 1.9. Es gab dort viele Kommentare, die das Update sehr negativ auffassen, weil es zu kompliziert sei und weil viele das Blocken mit dem Schwert vermissen. So wirklich viel wird sich in meinen Augen aber nicht verändern. Blocken wird man während des Kampfes auch weiterhin mit einem Rechtsklick, man muss lediglich auf den rechten Slot wahrscheinlich einen Schild platzieren. Die zweite Hand ist außerdem nur dann zu sehen, wenn man aktiv ein Item dort platziert. Ansonsten kann man auch weiterhin einhändig spielen, nur falls man ohne Slot wechselt einen Sinn für die rechte Maustaste haben möchte, gibt es ein Zusatzangebot. Endlich erschienen ist nun außerdem das Update der Minecraft Pocket Edition auf 0.11.2 unter anderem mit Tieren im Boot, dem neuen Wegblock und Villager Dörfern mit Brücken über den Flüssen.